Und los geht's! Hallo! So, einen wunderschönen Tag! Hier geht's wieder weiter mit Hunde-Steuer-Let's Play! Let's Play Hunde-Steuer! Hier ist Natzu! Mit der Weyer bin ich Elf! Stattdämmend auch! Ja! Wollen wir den Leuten mal auf die Schnauze hauen! Ja, guten Tag Pierre! Guten Morgen Andi! Und jetzt geht's wieder los hier! Ja, Moin! Oh, geil sein! Dann wollen wir wieder mit'n Hund Gassi gehen! Mann! Ja, Moin noch vieler was von hinten gibt's! So einfach kaputt! Fire in the hole! Fire in the hole, höre ich hier in der Wand! Ja, Fire im Loch! Aber ich muss noch was einstellen! Ah, dieser Sprung, dass er den Sprung gespeichert! Ja... Ah, das bleibt aber ganz schön zu rum hier! Boah, weg da! Er wollte mich ernsthaft besser mit seiner Arka! Boah, drei gegen einen! Das ist sauerhaft! Oh, geht's aber alles! Du hast auf Mauren! Oh, du bist ein Raid hier! Ja, du bist ein Raid hier! Ich hab da was von! Oh, 10-8-5, ey! Ich kann die nicht live! Aber du bist so was für ein Schlecher! Oh, ist doch egal! Oh, nein, nein! Das ist okay! Ah! Oh, und weiter geht's! Ah! So wieder gestoppt! Das geht doch gar nicht! Attacke! Bonanza! Ah, bei unten! Oh, du hast ja einen Raid hier! Oh! Oh, du hast das ein Raid hier schon? Oh! Oh! Oh, ich bin 26. Oh! Oh, ich bin 26. die ja Ich hab's nicht gelassen, ich hab's nicht gelassen, ich hab's nicht gelassen! Geil! Mist! Ich war ja schon weit in dem Gebiet! Ich weiß was, ich weiß was, ich weiß was, ich weiß es jetzt raus! Der hat mich verleidigt, das hat einfach eine Art, das geht gar nicht! Raus mit denen! Ja! Ja, okay! Ja, okay! Ich hab's nicht gefühlt vom Kasten, oder? Ja, ich hab's nicht gefühlt! Feuer in the Hall! Warte, ich hab's nicht gefühlt! Ja, ha, ha, ha! Einfach nur rüber in die andere Ecke kommen und dann kann ich wieder klären! Einfach reinhauen und... ...ein, äh, ne... ...ein, ne... ...ein, ne... ...ein, ne... ...ein, ne... ...ein, ne... ...aber... ...ein, ne... Ach, scheiße, Nickel! Haha! Ich krieg mir meinen Weg hier! Und... ...laufen wir auf einer anderen Seite! da steht einer irgendwo hin lassen stehen wenn ich zu uns gehört ich habe hier die rechte benutzen treffend da ist es Was ist denn los? Was ist denn los? Weil deswegen doch Da steckt sich einer Das geht aber gar nicht Hoppala Wo ist er? Wo ist er? Hallo wo? Scheiße Ich bin ein Geschenkt mit Ich bin ein Geschenkt mit Ich bin ein Geschenkt mit Scheiße Ich bin ein Geschenkt mit Ich bin ein Geschenkt mit Ich bin ein Geschenkt mit So können wir auch Ja machen wir mal Das ist Wahnsinn geil Ich hab umgemacht Lass mich einfach durch bei der Hecke rein Ich hab es Aber einen hab ich mitgenommen Immerhin Aber einen hab ich mitgenommen Immerhin Boah Bange Wurde mal dazu sagen Zu einer kleinen Wettbewerb mit Leuten spielen Das ist scheiße Ach das machte das Ich kann es ja nicht machen Naja Ach das geht ja Das ist die Ohne Das ist die Wollte 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 die Ein Nein Alter Mir dürfte nur noch einen kleinen Der gehen gar nicht Alter Ach das läuft Ja Das ist die schöne Wollte die Wollte die Wollte die Wollte die Wollte die Die Wollte die Wollte die Aua Ich bin nicht gar nicht mehr so schnell, weiß ich nicht wie lange ist oder nicht. Er ist doch mit Recht gefahren. Geben. Wir müssen hier noch nicht gehen. Oh, der ist doch ganz immer ein, der. Yay! Jetzt sind wir geflossen, die wir hier wieder hier sind, dann sind wir gebrochen. Haar. Da ist er. Da ist er. Aua. Da ist er. Da lebt sich doch nicht. Die Waffen, die ich kann so... Ja. So ein Scheiß-Pake, das ist echt immer mal. 49. Kann ich das meinen. Ich kann nicht, ob er das hier einsetzt wird. Bist du Zeit oder was? Ja. Die gehen aus. Ja, das passt gut. Kann ich mal alles nur rausbauen, wenn er nicht montiert wird. Bist du, ich musste gar nachladen. Haha. Boom. Das ist echt schön. Wir können ja eigentlich mal ganz so toll hier stehen. Warum nicht? Wir laufen hier nicht einfach nur irgendwo. Ja. 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 Oh. Ja. 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 An dem Truller da mit dem Happy Kopf da, das geht mir um den Weg. Ich hab sie geholt. Ich räche mich. Die kommen ja alle so rüber geraten, das kannst du gar nicht mehr machen. Schlimm, ne? Oh, warte. Du hast noch einen Headshot, du. Du hast noch einen Headshot, hä? Ja, den einen kickst du dich ab. Killed, ah doch. Komm da, die ganze Zeit so drauf rumgeballert. Willst du vielleicht keine Töne? Hat der einen Cheat an, oder was? Ja, anscheinend. Kommt doch nicht. Nein, 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 nicht nachladen. Ja, doch nachladen, aber nicht direkt. Alle, alle, alle. Holt euch das Spiel, früher. Und zockt mit uns. Au. Ja, die Leute, die wir das hier sehen. Ja. Wir haben hier einen Versuch, den Puls abzubauen. Oder Puls zu bekommen. Hahahaha. Das kommen würde ich eher machen. Kommt drauf an, warte für Leute. Ja. Wenn du, wenn du, wenn du, wenn du, ich, ich, ich glaube, sie am Hecken sind, dann sind wir uns nicht klar. Dann sind wir halt fast auf. Aber das ist doch nicht. Aua. Mann, ich muss dir jemanden nachlachen. Wollte ich verarsch. Oh, okay. Was könnten wir unbedingt einen Ghostbund gegen mich machen, nachher? Was? Der will ein Ghostbund gegen mich machen. Heiz gegen Heizkopf. Oh, kann man ja gerne kriegen. Aua. Kommt, Leute. Sind wir am Skattelbund? Was ist das? Äh, wir fühlen gerade. Schroder weg. Schroder weg. Ja, das passt auch. Also. Wachst noch ein bisschen und dann passt auch. Feist, Bruder. Ja. Kommt, halber eine Minute noch. Ich werde jetzt vielleicht noch ein bisschen mit der Füße rufen. Ja. Ah, das ist ein Gas. Alter. Boah, der hat ja so sein Stechen verstanden. Boah, der war jetzt auf einmal Standbild und auf einmal tot. 50 Kult. Da geht noch. Hehehehe.